moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch den besten pileup spot zeigen nach dem unter der map glitch auf jeden fall der allerbeste finde ich hier auf mauer der toten der wurde ja vor kurzem gepatcht durch dieses teleporten nur jetzt geht der glitch wieder und ich wollte es euch noch einmal zeigen damit ihr auch bescheid wisst weil dieser glitch ist einfach nur geil hierfür müsst ihr einfach zu bauers laden gegenüber ist ja hier diese lkw am schaufenster ihr klettert drauf leute duckt euch geht hier runter dann läuft ihr so lange langsam nach hinten und spammt dabei die aufstehen taste bis ihr aufsteht und wenn ihr dann nun aufstehen könnt leute dann haltet ihr die taste um nach vorne zu laufen gedrückt schaut dorthin wo ich hingucke drückt auf springen und dreht euch sofort nach rechts und ihr landet hier im schaufenster hier dürfte euch nicht mehr drucken leute ihr könnt entweder hier stehen wo ich jetzt stehe also ganz rechts oder hier so dass der lkw vor euch ist wenn ihr noch weiter nach links geht dann kriegt ihr schaden von der barriere und wenn ihr euch duckt dann faltet ihr hier unter das regal und dort kriegt ihr auch noch mal schaden hier werden sich jetzt alle zombies vor euch versammeln ihr kriegt von gar keinem zombie irgendein damage und hier könnt ihr easy in high rounds gehen und die runden skippen ihr werdet auch nicht mehr teleportiert leute ich habe das jetzt gerade bis runde 20 gemacht und ich wurde nicht einmal weg teleportiert einen nachteil gibt es bei dem glitsch leute und das ist dass sie hier keine munition aufheben könnt aber das ist auch nicht so schlimm denn ihr könnt am ende der runde ein zombie am leben lassen hier rausgehen und munition und ich zeige euch das mal um hier rauszukommen braucht ihr euren äther schleier macht euren äther schleier voll schaut hier raus aktiviert ihn und ihr seid draußen leute hier könnt ihr jetzt ganz easy eure munition holen waffe punchen perks kaufen was auch immer ihr tun wollt und danach könnt ihr sie wieder in den glitsch rein es wird auch immer einfacher leute wie ihr seht habe ich hier eine menge zombies hinter mir aber ich krieg das auch schon ganz schnell hin also zurück laufen nach vorne rennen springen und nach rechts drehen und ihr seid wieder im glitsch spot ihr könnt auch hinfall auf eure waffe tun so dass wenn ihr die zombies abschießt noch mal welche mit hirnfeuer infiziert und die auch noch mal für euch kills machen so dass er nicht so viel munition verschwendet ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls du noch kein abo bei mir ist kannst du das an dieser stelle sehr sehr gerne ändern ansonsten sehen wir uns im nächsten stream oder beim nächsten video ciao